Es ist hi, liebe Ängste, gern. Und hat den ganzen Kanal gegen KuchenTV. Digga, das ist halt, also, ich, das ist halt, das verstehe ich nicht, aber vielleicht gibt es ja zwei andere Personen, die etwas dazu sagen können, meine Freunde. Einlaufmusik. Geh mal runter in die Kamera, ihr. Boys Club, ich... Oh, mein Gott. Oh, ein lieben Samstagabend, hallo. Was geht, Junge, damit hat jetzt auch keiner gerechnet, glaube ich, oder? Das kasseste Crossover des Jahres. Wie lange wird Dave oder Shuyuka brauchen, um hier einen Clip von zu posten? Wir wissen es nicht. Ladies and Gentlemen, Tobias hoch! Kein Spaß. Nee, den haben wir leider draußen verloren, der hat irgendwelchen Passanten gesagt, wie krass der ist. Stimmt. Oh, Mann. So, du willst auch gleich auf was, willst du gleich reagieren? Wow, wir gucken uns gleich Shuyuka an. Shuyuka einmal? Das ist ja nicht sehr antifeministisch. Ja, da kommen sie, die machen immer mit. Ja! Äh, doch, Lana... Doch, tatsächlich. Lana unterwegs, du hast vor ein paar Tagen gesagt, dass wir abwarten sollen, was bald kommt. Achso, das ist an dich gerichtet. Achso. Ja, jetzt kann es auch keiner denken, ne? Mal gucken, wir sind gespannt. Vielleicht haben wir ja Shuyuka-Files an den Start gebracht, ne? Und haben hier das Treffen dafür gehabt. Meinst du, unsere Zuschauer sind so klug? Nein, die sind Strunzlom-Degger. Meine gerade. Vor allem meine. Obwohl, wenn ich sehe, wenn ich hier 10.000 Subs habe, der ist noch dümmer. Die Community, aber... Ey! Du rechtdags. Ihr seid Ehrenmänner, ihr seid großartig. Ihr lasst euch mal niemandem was einreden. Junge, heute kein Saus-Stream, auch wenn das jetzt eigentlich der perfekte Start dafür wäre. Ja, Tobias Huch, warum hast du keine Kiste Bier hierhin bestellt? Das wäre es geworden. Ich habe noch 15 Flaschen Bier, also so ist es nicht. Aber das Ding ist, das Problem ist, ich muss heute nur fahren. Das heißt, ich hätte nur 6, 7 Bier trinken können. Autos fahren von selber, alles gut. Juhu, wir Bayern 2-1, da haben wir gleich Ausgleich kassiert. Na gut, Leute, dann, ja, ich muss dann wieder los. Aber euch einen schönen Abend noch, haut da rein. Familie Riddle muss hier rein. Ich gebe dir auch mal die Hand, aber nicht ins Gesicht, keine Sorge, da passe ich auf. Das mache ich nur, wenn ich eine enge Beziehung mit der Person habe. Ein Buch heute, danke schön für die 50 Subs. So. Ja, war doch schön. Ja, die waren gerade kurz hier und ja, jetzt könnt ihr wissen, warum ich zu spät bin. Cartoon, danke schön für die Prime Sub. Shogo, danke für die 100 Bits. Das war's, ja. Das Ding ist, die wären sogar länger geblieben. Aber Bruder, das regt mich auch so auf. Jakob kann nicht pünktlich kommen. Ich habe gesagt, wir müssen um 15 Uhr drehen, weil um 16 Uhr wollte ich unbedingt live streamen, damit es heute nicht zu spät wird. Wie geht es? Wie geht es?